Wir sind zurück bei Cara und Alice und es ist wieder Ein neuer Tag In der Stadt von Detroit Okay, alles mal sachte zur Seite legen Und dann kann die ja mal weiter schlafen Dann gehen wir mal raus und sehen uns hier mal ein bisschen um Würde ich sagen Schlaf doch mal schön weiter Okay So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir hier? Überprüfe die Nachbarschaft Okay Und das ist die nächste Aufgabe Ändere dein Aussehen Achso, aha Hier ist was Oh, hier ist Hier ist irgendwas, was ich Nicht einordnen kann Tatsächlich Oh Oh Okay Ist natürlich nicht so geil, ne? Okay, dann gucken wir hier mal durch Hier ist Niemand mehr Ref oder Ralf oder wie hieß der nochmal? Auf jeden Fall so irgendwie Der ist jetzt auch weg Wie es aussieht Naja, dann gehen wir mal hier hin Und gucken mal hier Oh Mhm Okay, dann gucken wir mal Was geht denn hier so ab? Und was machen wir jetzt? Ist die Frage Ah Die Haare schneiden Ja Sieht so aus Ja, alles klar Vielleicht hättest du das nicht auf den Boden verteilen sollen Das Ah Es hinterlässt Spuren Blond Ja, das haben wir auch noch, ne? Das machen wir auch jetzt auch noch ab Zack Gut Jetzt liegt das da drin Sollst du vielleicht aufheben Kamera Geht auf Oh, Junge, nein Hm Ja Ah Hier wurde mir noch was angezeigt Oder doch nicht War das vielleicht Enttäuschung? Ah Okay, mal aufmachen Ja Geht nicht Okay Na dann Oder können wir jetzt vielleicht dieses Einzigartige Eisen verwenden Was wir hier gefunden haben Es sieht so aus Es sieht so aus Komm Geht ein Los Äh Ja Zack Und runter damit Genauso Sehr gut Das können wir gebrauchen Die Androiden Bekleidung ist jetzt nicht unbedingt Das Beste, wenn man Fliehen möchte So Gibt es denn hier noch etwas Es gibt hier noch Überprüfe Die Nachbarschaft Hier Da Oder da Da Oh nein Scheiße Das ist nicht gut Ich würde sagen Wir wecken mal lieber Alice auf Und hauen von hier ab Weil ich glaube Die suchen nach uns Los Los, wach auf Alice Alice Wach auf Alice Also war es kein Albtraum Nein Nein, leider nicht Nein, es war kein Albtraum Wie geht es dir? Ja, die Frage ist immer so Was sollen wir denn jetzt machen? Dieser Android von gestern Er gab mir eine Adresse Dort würde man uns helfen Direkt auf der anderen Straßenseite Führen Schienen vorbei Der Bahnhof ist nicht weit Können wir ein Stück laufen? Na dann los Na dann So bist du viel hübscher Jetzt siehst du wirklich Wie ein Mensch aus Ja Ist aber auch notwendig Wenn wir Flüchten wollen Aber das habe ich eh schon gesagt So, jetzt gucken wir mal Ob wir hier denn Unbeschadet durchkommen Die Polizei sucht uns Ja Das tut sie Zeig nicht, wir müssen Connor spielen Unsere Officer befragen die Leute In der Nachbarschaft Falls jemand was gesehen hat Okay, sag mir Bescheid Wenn sie irgendwas finden Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung Scheiße Ich bin jetzt 230 Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam Und fuhr bis zur Endstation Die Aktion war nicht geplant Sie handelte aus Angst Androiden fühlen keine Angst Abweichler schon Sie werden von Emotionen überwältigt Und handeln dann irrational Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist Sie hatte keinen Plan Und kein klares Ziel Vielleicht ist sie nicht weit Wie recht du hast Vielleicht Fuck Da ist der Bahnhof Und da ist die Polizei Scheiße Okay Hier haben wir einen Polizisten Scheiße 33 Ja Dann gehen wir mal hier rüber Nein Scheiße Scheiße Ja Nein 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 Okay 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 80 Verdammt 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 Gefahrenstufe 56, scheiße. Scheiße, das sind sie. Hey, stopp, Polizei! Verdammt. Sie sind Richtung Bahnhof gelaufen. Oh nein, oh fuck. Oh, ich fühle mich so schlecht, Alter. Fuck, nein. Nein, warum muss ich das tun? Ich will das doch gar nicht. Sie sind da drüben. Mann, ich will es doch nicht. Nichts. Scheiße. Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig. Okay, immerhin das. Scheiße. Wow. Shit. Nein! Alice! Scheiße. Oh nein, verdammt. Ich will das nicht. Ich will es nicht. Ich will Kara nicht umbringen. Nein! 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 Oh, verdammte Scheiße. Bist du okay? Oh, Junge. Alter. Ich war so, ich war so nervös, ne? Oh, Alter. Junge, wir sind... Oh, Scheiße. Aber ich war echt so nervös, ne? Ich hab komplett gezittert, weil, äh... Ja, ich will halt keinen Toten in diesem Spiel, ne? Scheiße. Okay. Weiter geht's auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Und... Entspannend.